Die Region Occitanien hat zahlreiche Vorzüge, die im Rahmen der Festwochen hervorgehoben werden. Wir haben die Meer, wir haben die Montagne, wir haben viele Pläne, die im Patrimonien der UNESCO sind. Wir haben auch eine Richtigkeit, insbesondere mit Airbus. Es gibt auch mehr als 800 Unternehmen im Sektor der Luft- und Raumfahrtindustrie. Davon Airbus, aber viele andere auch. Die wichtigste ist, dass wir die Ökonomie, Kultur, Kultur und Edukativ stärken. Kultur ist natürlich Kunst, aber das kann auch mit Sprache, mit Gastronomie, mit Spiel, mit Freundschaft zu tun haben. Diese Notionen sind auch für uns sehr, sehr wichtig in dem Projekt des Casen Franco-Allemande. Mehrere Veranstaltungen aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Sprache werden den Rhythmus dieser Festwochen vergeben. Und ich bin überzeugt mit dieser Veranstaltung, dass mehr und mehr Deutschen neugierig würden, mehr über Occitanie, Region Occitanie zu wissen. Und das ist für uns ein Ziel. Wir sind ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch und ich glaube, dass ihr hier eine Reflexion habt, die sagt, wie wir leben wie Gott in Frankreich und jetzt sagen, wie wir leben wie Gott in Occitanie. Wir sind ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch und ein Mensch.